Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen nochmal eine kleine Lone Star Wars Battlefront. Und ich hoffe, dass der heute auch alles aufnimmt. Beim letzten Mal hat er nämlich ihn wieder nicht aufgenommen, oder zumindest nicht ordentlich aufgenommen. Und dann kann ich das Video leider nicht in Sony Vegas reinziehen. Und vor allem so will das Video auch keiner sehen, weil das sieht aus wie ein Stück Scheiße. Muss man ehrlich gesagt sagen. Und ich bin überlegen, welche Modus wir heute spielen werden. Ich würde sagen, einen kleinen. Oder wir können ja mal Heroes vs. Villains spielen. Also Held gegen Schurke. Wir suchen mal ein Spiel und wir sehen uns dann gleich in-game wieder. So und wir sind im Spiel. Ich würde sagen, wir nehmen mal die Blaster Pistol. Die habe ich glaube ich noch nie gespielt. Das lassen wir so mal. Den Ionenshot brauchen wir nicht. Gut und wer weiß, vielleicht werden wir auch mal als Held spielen. Beziehungsweise werden wir auf jeden Fall... Ich glaube wir holen uns hier erstmal so ein Extra, falls wir einem Helden begegnen sollten. Infanterie Turret, das ist gut. Okay, du bist tot. Oh shit. So, wo sind sie? Ich sehe sie nicht. Wo sind sie? Okay, gut. Die sind tot. Dann packen wir mal den Homing Shot. Wie geil. Terminal Imploader, das ist richtig. Okay, warte. Ich wette Boba Fett. Warte, Boba Fett. Okay, wir sind die Bösen. Sehr gut. Dann müssen wir noch Luke finden. Da ist er auch schon. Der ist tot. Nice. Und wir haben auch noch killed. 850... 9... Boah, Alter. 975 Punkte mit einer Granate. Das ist aber nice. Okay, wir spielen leider wieder als Stormtroopler. Stormtrooper. So. Da oben sieht man die Helden. Den Krüppel hier. So, okay. Hier, guck mal. Da unten gibt es irgendwas... Ich weiß nicht genau, was das ist. Okay, gut. Haben wir Luke. Ist eigentlich nicht gefrocken. Okay, komm mal her. Ja, du... Äh... Wette was? Ach komm. Ey, scheiß One-Shot. Okay, in dem Modus geht es natürlich auch weniger um jetzt Groß-Kills machen, weil sich halt hauptsächlich die Spieler alle auf die Helden konzentrieren. Und dass man da den Last-Hit bekommt, ist unwahrscheinlich. So, wir... Was ist das denn? Ach, das ist ein Solo. Was? Wir haben nicht einen einzigen getötet. Ach, Kacke. Okay, es steht 3-1. Das können wir easy gewinnen. Ich werde dann auf jeden Fall noch eine Hunde spielen. 6... Woher habe ich 6 Kills? Ich will es noch nicht erzählen, dass ich jetzt 6 Kills mit dem... Oder 5 Kills mit dem Thermal-Ditonator gemacht habe. So, als wäre spielen wir Darth Vader. Nice. Wir haben direkt mal eine Trophäe bekommen. Gut, okay. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz. Okay, da hoch geht leider nicht. So, komm, der ist tot. Nice, okay. Erst der ist tot. Oh shit, da sind die anderen alle. So, gut. Die ist tot. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir machen. Wir können jetzt nicht einfach so gerade auf die zu laufen. Oh shit, Granate. Ein bisschen aufpassen, wir sind fast tot. So, der wollte uns... ...hier was anhaben. Okay, wir kriegen hier auf jeden Fall ein paar Kills wieder. So, okay, was haben wir hier noch so? Ah, shit. Was, ich war schon wieder der Letzte. Was machen die anderen alle immer? Ich bin jetzt nur noch am Verrecken. Die ersten Runden gut bespielen, dann komme ich dazu und dann verkacken sie. Das finde ich aber nicht nett. Okay, 13, 3. Immerhin ein paar Kills. Und vielleicht gewinnen wir es ja sogar noch. Die Rebels müssen nicht beherrscht, den Emperor oder den Vader. Die Vosel muss auch so beschädigt werden. Geh, was muss getan werden. So, okay, wir bleiben mal bei Darth Vader. Wir haben ja auch wieder einen schönen Thermal Detonator. Damit können wir auf jeden Fall was machen. Da sehe ich doch schon. Dreck, ich wollte Thermal Detonator noch werfen. Aber der Luke rennt alleine rum. Das heißt, der... Was machen die denn? Wie kann der jetzt schon korrekt sein? Wieso ist jetzt der Thermal Detonator weg? Was soll denn das? Jetzt habe ich den nicht mehr angehittet. So, okay. Immerhin Han Solo ist auch tot. Dreck. Wollte gerade noch wegfliegen. Zwei von uns sind wieder tot. Oberfährt wahrscheinlich bald auch. Nice, okay, den haben wir sogar gekillt. Shit, okay, wir müssen noch einmal mit dem Homing Missile auf die Leer treffen. Das, äh... Okay, den müssen wir jetzt auf jeden Fall beschützen. Wo ist er? Wo ist Puber jetzt? Da ist Puber, okay. Wir müssen ihn beschützen. Auf jeden Fall. Okay, da hinten ist der Gegner, der richtige Held. Ich habe einen schönen Rocket Launcher. Wo ist er? Da ist er. Komm, komm, komm. Shit, nicht getroffen. Okay, wir haben noch ein bisschen Damage gemacht. Hoffe ich. Wir wissen, wo sie ist. Wir können einfach... Reinknallen. Nein, wo ist sie? Okay, shit, komm, Boba. Ah, Dreck. Nicht mal angehättet. Okay, sie hat nur noch wenig Leben. Ich glaube, unser Boba geht jetzt einfach nur dem Kampf aus dem Weg. Der hat mich auch nicht mehr ganz so viel Leben. So, war mal leer. Da ist er, okay. Ich komme noch 18 Leben. Nein, komm, Dreck. Killt einen aber auch übel schnell. Der leer ist auf jeden Fall richtig stark. Wir müssen uns auf leer konzentrieren. Ich finde sie gerade nicht. Die Zeit ist um. Unentschieden, verdammt. Wir haben sie tatsächlich nicht mehr gekillt bekommen. Schade. Okay, nächste Runde. Wir spielen als Palpatine. Als der Imperator. Okay, und los geht's. Den finde ich übrigens nicht ganz so gut. Weil der halt nur so eine beschränkte Reichweite hat. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall vorsichtig sein. So, wo ist ein Darth Vader und die anderen jetzt hin? Ich habe hier gerade Luke gehört. Wir haben ein paar Leben verloren, aber noch ist alles gut. Okay, da hinten ist Darth Vader. Da muss ich auch mal hin. Da ist Luke. Okay. Shit. Okay, wir müssen ein bisschen was aufpassen. Nice. Okay, das ging schnell. They triggered an Orbital Strike. Okay. So, 4-2. Noch einmal gewinnen. Wie lange? 11 Minuten. Okay, da mache ich doch kein Spiel mehr. Ich hätte es gedacht, es geht relativ schnell vorbei, aber es dauert erstaunlich lange. So, okay. Und weiter geht's. Wir stehen im Moment. 17-11. Passt auf jeden Fall. Ich hätte jetzt mit weniger Kills gerechnet. Wir haben als Darth Vader ganz gut Kills gemacht. Muss man dazu sagen. So, wir bleiben mal beim Vader. Okay, wo ist Vader? Wo ist Vader? Da ist Vader. Okay. Nice. Okay, wir haben ihn getroffen. Ey, da sollte definitiv nicht einfach so da reingehen. Und genau wegen solchen Leuten verlieren wir. Die einfach reinlaufen. Einfach blind reinlaufen. Okay, nice. Den haben wir noch bekommen. So, wo ist er jetzt? Da ist er. Ist er jetzt runtergefallen oder ist er? Nein, das kann doch jetzt nicht dem sein Ernst sein. Der ist jetzt nicht ernsthaft da runtergefallen. Nice. Okay, wir haben gewonnen. 18-11. Dann kann ich meine KID noch mal ein bisschen was verbessern. So, wir haben jetzt schon... Ne, wir haben ja erst zwei Modi durch. Leider, weil das eine Spiel ja nicht aufgenommen hat. Und ich bin Rang 16. Immer noch. Ich denke mal, ich werde das Spiel auch nicht allzu viel spielen außerhalb von Videos. Weil ich habe mir jetzt wieder vorgenommen, jeden Tag ein Video zu bringen. Ich weiß nicht, ob es klappt. Auf jeden Fall, denke ich mal, werde ich dann wirklich nur in diesem Video das Spiel spielen. Und das war es dann auch schon wieder für das heutige Video. Wenn es dir gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Untertitelung des WDR 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 Vielen Dank.